Ausdrucksmitteln in Malerei, Grafik, Keramik und Skulptur. Breitflächige, zuweilen gestisch wirkende Flächen und Strukturmalerei mit exzessiv leuchtender Farbigkeit in kalt-warm- und komplementär-Kontrasten. Langjährige Befassung mit daoistischen und buddhistischen Themen. Reise, Strahlen, Wege, Energien, Labyrinthe, Spiralen, Wasserfälle, Unendlichkeiten und Samadhi-Erfahrung. Victor Hugo, 1802 bis 1885, französisch-romantischer Lyriker, Dramatiker, Rommersier und Europa-Punk. In die Elenden propagiert er die Versöhnung von Revolution und Religion. Er ist auf der Suche nach einer Spiritualität, die sich befreit hat von der Repression und die des Bösen zu einer eigenen Rechtfertigung nicht mehr bedarf. Über 2000 Blätter umfassendes zeichnerisches Werk mit innovativen Bildfindungstechniken als Vorläufer der Surrealisten und die Taschisten um Wohls. Am jäh zu agieren. Lieben heißt handeln. Alexander von Humboldt, 1779 bis 1859. Einer der größten Naturforscher sowohl des 18. wie des 19. Jahrhunderts. Einer der letzten universal gelehrten Eurasiens, dem Goethe, der ihn als Bergbauingenieur konsultierte, schrieb, das, was sie uns geleistet haben, geht so weit über die Poesie hinaus, dass die Poesie sich wohl anmaßen darf, sie bei Leibesleben unter ihre Heroen aufzunehmen. 5. Oktober 1809 an den Verfasser der Ansichten der Natur. Als Ideenträger und Publizist entschieden auf Seiten der Unterdrückten und für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auch darin von brisanter Aktualität. Johannes Itten, 1888 bis 1967, weltbekannter Künstler und Kunstpädagoge am Bauhaus, strebte in Auseinandersetzung mit ostasiatischen und esoterischen Einflüssen Max Dachsmann im künstlerischen, wissenschaftlichen und pädagogischen Bereich wie im persönlichen Handeln nach einer ganzheitlichen Lebenspraxis. europaweite Lehrtätigkeit und Schulgründungen Stuttgart, Wien, Weimar, Herliberg, Berlin, Krefeld, Amsterdam und Zürich. Projektentwurf einer Freien Akademie in Ascona und Gründungsdirektor des Liedberg-Museums für außer-europäische Kunst in Zürich 1949 bis 1956. Willi Jekyll, 1888 bis 1944, Berliner Maler, Grafiker, Hochschullehrer und Mystiker schlesischer Herkunft. Studierte Theosophie, Kabbalah, Daoismus und Buddhismus und ging einen eigenen visionären Weg, der insbesondere in der Grafik einvergleichbar mit William Blake. Mensch, Gott, 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 Mensch 1919 bis 1920. Grashalme zu Walt Whitman 1920. Das Lächeln der sieben Buddha zu Kohen Portheim 1923. Auch seine kosmischen Liebespaare sind von der Kunst aus gar nicht vollständig zu erfassen. Derrick German, bedeutender unabhängiger und schwuler englischer Filmemacher, Wittgenstein 1992, Schriftsteller, Maler und Gartengestalter, Prospect Cottage. Sein filmisches Testament, Blue 1993, ist nicht nur eine kongeniale Hommage an Yves Klein und ein unzides und tiefgründiges Aids-Jagebuch, sondern ein Dokument westlicher Weisheitsüberlieferung Ersten Ranges mit zahlreichen Bezügen zum Buddhismus. Alexei von Jablenski, 1864 bis 1941. In seinem Forschungs- und Übungsprozess ging A.V.J. über russisch-orthodoxe und theosophische Ideen hinaus und wandte sich dem Studium des Yoga und der asiatischen Religionen zu. Die mythischen Köpfe, die Heilandsgesichter und schließlich der schwarze Brüder künden davon. Auf diesem Weg wurde seine Kunst sichtbarer Ort des göttlichen, Mischformen aus innerer Landschaft, Stillleben des Geistes, essentiellen Mandala und Gesicht als Urbild. Eine Neubegründung der Kronmalerei im 20. Jahrhundert. Karl Gustav Jung, 1875 bis 1961. Sein erweiterter Erfahrungsbegriff, sein umfassendes Verständnis von Selbstverwirklichung, sein Konzept eines kollektiven Unbewussten und der darin wirksamen Archetypen beeinflussten maßgeblich die Entwicklung eines transkulturellen Verständnisses, auch in der Psychologie und damit ein übergreifendes Interesse an Asien. Alchemie, Gnosis, Imagination, Mandala, Mythos, Symbolik, Synchronisizität. Seine Kommentare zu das Geheimnis der goldenen Blüte, zum I-Ging und zum tibetischen Totenbuch wurden weltberühmt. Rolf Kahlen, geboren 1940. Der intermediäre Künstler, Forscher, Videodokumentarist und Hochschullehrer hat ein umfassendes künstlerisches Werk geschaffen und zusammen mit seiner Ehefrau, der Keramikerin Barbara Kahlen, geboren 1942, eine wichtige Ausstellungs- und Veranstaltungstätigkeit in der Ruine der Künste Berlin entfaltet, mit Beiträgen von, zu, Satie, Cage, Fiyu, Sogyal Rinpoche und anderen. Zu seinen weltweit bekanntesten Filmen gehören Tantum Jalpo, der Leonardo Tibets, 1985 bis 1995 und Dakinis in Jürten, Tsche-Meisterinnen der Mongolei, 1994-95. Wasili Kandinsky, 1866 bis 1944 Ob die Goldnische im Wohnzimmer seines Meisterhauses im Bauhaus Dessau, 1926 bis 1932, oder die programmatische Schrift über das Geistige in der Kunst, Entstehungszeitraum 1900 bis 1910, es ging dem Begründer der abstrakten Malerei und des blauen Reiter immer darum, diese unbedingt in der Zukunft nötige, unendliche Erlebnisse ermöglichende Fähigkeit des Erlebens des Geistigen in den materiellen und den abstrakten Dingen zu wecken und damit die Vision umzusetzen, die er 1896 von Monez Heushova hatte. Dik Jong-Kang, geboren 1960 Der koreanische Künstler Kang Dik Jong-Kang 1984 nach New York, wo er von Pike gefördert wurde. Seine seriellen Quadrat- und Würfel-Mungude mit Fundstücken oder Malerei haben ihn inzwischen weltbekannt gemacht. Er gebraucht additive Verfahren und verfremdet Gegenstände. Seit Mitte der 90er Jahre verstärkte Hinwendung zu buddhistischen Themen. Santa Buddha, 1996 Buddha learning English mit Schokoladenüberzug, 1999 mit denen er eine Neubestimmung seines Herkunftssintergrundes im globalen Kontext vornimmt. Anish Kapoor, geboren 1954 Der Bombay, geborene und in England ausgebildete Künstler hat während 30 Jahren ein herausragendes und sublimes Werk an Skulpturen geschaffen, das sich durch visuelle Brignanz, leuchtende reine Farbigkeit und universelle Symbolik auszeichnet. Seinen umfangreichen Serien von pigmentierten Objekten und nun lackiertem Fieberglas und Edelstahl eignet eine spirituelle, raumbezogene Dynamik, welche sich im Prozess der Werkbegegnung manifestiert. Mutter as a White, 1989, 90 Building for a White, Descendo into Limbo, beide 1992 Seine Heiligkeit Der 17. Kamapa von Tibet Orgyen Trindidore Geboren 1985 Schon als Kind bekannt durch den Film Living Buddha 1994 von Clemens Kubi Linienhalter der Kamakadji-Überlieferung des tibetischen Buddhismus und der ältesten Folge von bewussten Wiedergeburten in Tibet Dichter und Maler mit sowohl akademisch-traditionellen wie spontan-unkonventionellen bildnerischen Mitteln Januar 2003 Schaffung von 19 abstrakt-gestischen Kalligrafien The Deer Park Calligraphies in Saanath, Indien zu den Themen Life Without Borders Equality of Samsara and Nirvana Shunyatta Emptiness und andere Kasuo, Katharse, geboren 1947 Seit 1976 in Kassel lebend Von wo aus der Künstler seit Mitte der 1980er Jahre in großen Installationen überall auf der Welt arbeitet Da diese ganze Erde als Arbeitsplatz Marina Abramovic aber noch keine politische Repräsentanz hat gilt Katharse vorerst als einer der bedeutendsten japanischen Künstler der Gegenwart Die Poesie seiner Orträume spricht in einer leisen und eindringlichen Sprache die erkennbar auch mit der Romantik verschwägert ist von tiefen Erfahrungen menschlicher Existenz und von einem größeren Leben Jack Carra 1922 bis 1969 Neben Ginsberg der bekannteste Dichter der Beat Generation Der sie mit On the Road 1957 Die Urfassung entstand 1951 In drei Wochen auf einer einzigen Papierrolle und The Dharma Bombs 1958 weltberühmt machte Die Kenntnisnahme von Avagoshas Leben des Buddha Snyders Hanschan und Weylens Zen Praxis führte ihn zum Buddhismus Auf der Suche nach seinen bretonischen Vorfahren schrieb er Satori in Paris 1966 In the Scripture of the Golden Eternity 1956 bis 60 gab er seine Mahayana Sichtweise der Welt Der Regisseur ist in der Welt des tibetischen Buddhismus als Abt und Meditationslehrer bekannt und wird als Reinkarnation eines der bedeutendsten Rime-Meisters Nicht-Sektiererische Bewegungen im 19. und 20. Jahrhundert in Tibet angesehen Er bestätigt dem Gespräch über seinen Film Spiel der Götter The Cup Pueba Mutan 1999 Seine Hoffnung dass ihm dieser als Teaching by Art gelungen sei Es geht ihm um Entmythologisierung unseres Mönchbildes die im Film einhergeht mit einer authentischen modernen Darstellung des Klosterlebens Kim Soya geboren 1957 Die seit 1990 in New York lebende koreanische Künstlerin und Needlewoman Kim Soya ist durch große Stoffcollagen und Installationen mit gebrauchten Kleidern und Kleiderbündeln koreanisch Motari bekannt geworden die alle das Thema Raum und die Erfahrung von Zeit zum Gegenstand haben wo beide verwoben werden schließlich zusammenfallen Performance Cities on the Move 2727 Kilometer Botari Truck Korea 1997 Viennale Venedig 1999 A Mirror Woman 2002 koreanische Bettüberzüge Spiegelwände tibetische Gesänge Klabund das ist Alfred Henschke 1890 bis 1928 Wie ein Blitz in Menschengestalt versuchte er aus einem Leben drei zu machen Ein deutscher Liedtaipo Bühnenautor Verfasser von 14 Romanen und einer der transkulturellen Literaturgeschichte Brillant kompetent großspurig träumte vom Leben jenseits aller Normen und Gesetze war unablässig und im Stenografiestil produktiv atemlos und mit expressiver Gefühlsintensität verfasste mit leichter Hand Gedichte Aufsätze Briefe ein enorm vielfältiges Pensum in extremer Empfindsamkeit und brennendem Interesse für alles Immaterielle Paul Klee 1879 bis 1940 Schweizer Künstler Kunstpädagoge und Kunsttheoretiker beeinflusst von Van Gogh Gauguin und Delaney Mit Coubert befreundet stand er dem blauen Reiter nahe 1920 bis 1931 Meister am Weimarer und dann Dessauer Bauhaus der Buddha des Bauhauses entwickelte Entwicklung einer subtilen und poetischen Zeichensprache die auf kindliche und archaische Bildnerei Bezug nimmt und der er ein gegenständliches und tiefgründiges Vokabular ausbildet vom Sehen und Haben zum Seins Ausdruck Yves Clure 1928 bis 1962 einer der ganz großen Künstler der Weisheitsmoderne ein begeisterter Tänzer und Judomeister der in nur ganz wenigen Jahren ein umfassendes malerisches, performatives, plastisches und theoretisches Werk geschaffen hat seine Monochrome blau, rot, gold, grün die Schwammreliefs Feuer und Schwammskulturen die Aktionen Anthropometrien die 20-minütige Sinfonie Monoton Silence Sein Krefelder Weißer Raum 1961 sind Zeugnisse bislang kaum erreichter Wegbereitung non-dualer Kunst der Zukunft Ilma af Klint 1862 bis 1944 schwedische akademische Landschafts- und Porträtmalerin seit ihrer Kindheit von übersinnlichen Erfahrungen beeinflusst ab 1890 mit vier Frauen in der Freitagsgruppe automatische und oft kollektive Zeichnungen unter Anleitung von Geistführern die Botschaften an die Menschheit sendet dann als Medium einige Zyklen symbolisch abstrakter Malerei Amaliel Tempelzyklus Zehn große Bilder SUV Sworn Treffen mit Rudolf Steiner 1908 in Schweden 1920 bis 1941 regelmäßig in Dornach Malte nur anthroposophisch aus der Farbe Gerd Knepper Geboren 1943 Nach Keramikstudium in Deutschland, den USA und Japan Besuch der Burner Bleach Pottery in St. Ives, England und dann bei Katsuzo Shimaoka in Mishiko in Japan dort Gründung der ersten Werkstatt nach Studienreise in Europa, Korea, China, Thailand 1975 Gründung der Tarosaka Töpferei in Daigo hochrangige Auszeichnungen die Begegnung von Ost und West hat in seinem Werk eine unvergleichliche Qualität hervor gebracht die inzwischen sich von der Gebrauchsgrafik zu großformatigen Skulpturen erweitert hat Germaine Krull 1897 bis 1985 Die in Wilda, Posnan, Ostpreußen geborene Buddhistin und Antifaschistin hat als Protetristin und Reisefotografin ein bewegtes Leben auf fast allen Kontinenten geführt Für ein Buch von André Malraux machte sie über 1050 Aufnahmen in Burma, Kambodscha und Indien von buddhistischen Kulturdenkmälern und vom Leben der Mönche Es ist nicht gedruckt Die von ihr entwickelten Formen der kritischen Berichterstattung setzte sie ein, um auf die Lage der Exil-Tibeter aufmerksam zu machen Deren Leben sie seit 1965 teilte Tibetans in India 1968 Alfred Kubin 1877 bis 1959 Österreichischer Zeichner, Grafiker und Illustrator Hellseher des Niedergangs Kandinsky Mitglied des Blauen Reiter 1912 auf der zweiten Ausstellung in München mit elf Werken beteiligt darunter Originalzeichnung der Sansara-Mappe welche auch Darstellungen meditierender und buddha-ähnlicher Figuren enthält Weitere Buddha-Darstellungen 1904, 1905, 1908, 1921 Asketen 1911 Laoze 1923 Tibetanischer Mönch 1946 1949 außerhalb des Tages und des Schwindels wichtige Korrespondenz 1928 bis 1952 mit Hermann Hesse Emma Kunz 1892 bis 1963 Schweizer Schweizer hellsichtige Universalkünstlerin und Heilerin die ab ca. 1938 in nächtlichen Sitzungen mit ihrem Jadependel Blei und Farbstiften ein frappierendes, streng geometrisches, zeichnerisches Werk auf Millimeterpapier geschaffen hat von dem sie ein integrales Verständnis hatte das über das rein künstlerische hinaus alle energetischen Prozesse und elementaren Kraftfelder betraf und das unter anderem Johannes Frischknecht beeinflusst hat Franchisek Kupka 1871 bis 1957 tschechischer Visionär und Meister der Abstraktion ihn interessierten selbst evidente Strukturen und er arbeitete mit einer Vielzahl spiritueller und wissenschaftlicher Bezugsfelder einschließlich theosophischer und indischer Einflüsse der Tanz des Lebendigen war sein eigentliches Metier die Seele des Lotus 1898 künstlerisch freier als Fidus Prometheus 1909, 1910 schuf er ein enorm kraftvolle und leuchtende dynamisch visionäre Arbeiten der Traum 1909 die Farbige 1909, 20 Amorfa Fuge in zwei Farben 1910, 11 Akira Kurosawa 1910 bis 1998 einer der großen der großen Visionären Filmemacher und Meisterregisseure Eurasiens der in epischer Weise erzählen konnte und eine überragende Filmsprache dafür entwickelt hat der Shakespeare des Kinos mit 50-jähriger Praxis und weltweiter Wirkung Racheomon 1950 die Sieben Samurai 1953 das Schloss im Spinnenweltwald 1957 Sanjuro 1962 Usal der Kirgise 1975 Kagemusha der Schatten des Kriegers 1980 So etwas wie eine Autobiografie 1982 Rann 1985 und bedeutende Werke der Spätzeit Wolfgang Leib mit seinen Bienenwachskulturen und Innenräumen ab 1987 den Milchsteinen ab 1975 und Farbfeldern aus Blütenstaub ab 1977 hat der Künstler sich und uns einem Kosmos von Ausdrucksmitteln und Erlebnissphären geschenkt die auf einzigartige Weise spirituelle Einflüsse verschiedener Kulturen mit den minimalistischen und kontemplativen Traditionen der westlichen Moderne zu etwas Neuem verbinden eine Folge unbesteigbarer Berge von denen aus weite Sicht gegeben ist von denen aus weite Sicht gegeben ist ins neue Jahrtausend Bernard Leach 1887 bis 1979 englischer Druckgrafiker und legendärer Keramiker mit zahlreichen Reisen und Arbeitsaufenthalten in China, Korea und Japan 1920 Bau des ersten fernöstlichen Böschungsofens in Europa in St. Ives in Cornwall 1932 Freundschaft mit Mark Tompe und Beginn der Studien zu Bahai mit Soseto Yalagi 1889 bis 1961 und Hamada Begründer der Minai Bewegung die entgegen dem Trend zum modernen Industriedesign einen neuen Standard handwerklicher Produktion setzte in seinem Werk transzendiert er die Ost-West-Trennung und dann Bruce Lee 1940 1973 macht die Werkzeuge sehend alle Bewegungen kommen aus der Lehre heraus und der Geist ist ein Name für diesen dynamischen Aspekt der Lehre sie ist direkt ohne dich bezogene Motivation Lehre heißt Echtheit Aufrichtigkeit Direktheit wodurch nichts zwischen das Selbst und seine Bewegung treten kann im Jet-Kondom soll man jegliche Technik ganz vergessen und es ganz den Unterbrüssen überlassen mit einer Situation fertig zu werden das Jet-Kondom von Bruce Lee beeinflusste Karl Friedrich Klaus und viele andere von Bruce Lee inspiriertesten und subtilsten Bildhauer der moderne Kopf eines Denkers 1918. Als er 1916 nach Zürich kam, wo noch kein Atelier auf ihn wartete und wo er wenige Leute kannte, verbrachte er viele Abende bei uns, reigespielend, weder gut noch schlecht, aber mit der gleichen Übenzartheit, die er als Mensch hatte. Er verbreitete eine Atmosphäre der Meditation, um ihn aber auch die Melancholie großer Einsamkeit anzustatten. Illustrierte Gedichte Hölderlins. Richard Long, geboren 1945, englischer Künstler der Landart, der Wanderungen in der freien Natur, Walk in a Straight Line for Ten Miles, 1968. Mit geometrischer Formbildung, Gerade, Kreis, Quadrat, Labyrinth, verbindet, die er fotografisch dokumentiert. Seine Skulpturen und Malereien sind Ergebnisse performativer Eingriffe. A Line made by Walking, 1967. Die Natur, Materialien, Steine, Erden, Tannen, Dagen, etc. Die Schlichtheit seiner Methode, befreit und inspiriert den Geist auch noch in den Innenräumen, welche Loch gestaltet. White Water Line, Cape London, 2019. Jean Deschamps, 1892 bis 1966. Französischer Maler, Garamidon-Poet, Der Weltkampus, seine Befreiung, Unterneuerung, der authentischen, materialgemäßen Tapisserie, mit der erfindungsreichenden Humor und combinatorisch herausragenden Kerne. China Grass, 1956. Die vier Elemente, 1961. Nach Chantoumont, 1957 bis 1966. Den Kontakt zur Bildung Hessen nannte er wie Walt Whitman seine Arbeiten auf symbolischem Grund Gesänge, und auch die zusätzliche Probe und Makrokosten. Schöpferleuchtender Gegriebwertung und einer universellen vorhanden Spätsprache. Ersten hier Malewitsch, 1872 bis 1935. Neben Kandinsky, der wichtigste Begründer der Gegenstands, Die großen Kunst als Raum und Osmos. Näher als der Himmel, 1918. Und darin auf einer Neubestruppe der Ikone, zugleich Antikon. An der Freien Akademie in Wilfelberg, Gegenspieler ihres Grunders Chagall. Der Text zum Antismus. Die gegenstandslose Welt in 1922 ist von großer Wirkung bis zu ihm in Knöbel und behandelt die Stellung des Menschen im Kosmos. Bahnbrechende Werke. Schwarzes Quadrat. Schwarzer Kreis. Schwarzes Kreuz. Verlängerte Ebene. Alle 1915. Franz Marc, 1880 bis 1916. Was besagt es gegen Ihre innere Bestimmtheit, dass wir nur die Maske statt des Wesens der Dinge sehen können, der mit dieser Frage ein Jahr vor seinem Tod vor Vachin seine hundert Aphorismen begann, gehört zu den bedeutendsten Malern und Denker des blauen Reiter und der Weisheitsmoderne. Der Lieblingsmaler von Ernst Bloch hat eine Fülle inspirierte Werke hinterlassen und selbst sehr viel mehr Reinheit und Welt durch Schauung besessen, als in seiner irrigen Hoffnung auf Reinigung durch Krieg zum Ausdruck kommt. Agnes Morton, 1912 bis 2004, amerikanische Malerin der gegenstandslosen Moderne bei klassischer Reinheit und Gelassenheit in ihren notierten Einsichten und Kunstwerken von großer Subtilität und Tiefgründigkeit. Kunst ist die einzige Arbeit in der Welt, die nicht materialistisch ist. Alle anderen Arbeiten tragen zum menschlichen Wohlergehen und zur Bequemlichkeit bei. Bekannt mit Mark Roscoe und Ed Weiner von Blake Keats, Chuanzee und Juan Po beeinflusst On a clear day in Schweiz 2000 Regie Thomas Lübner Ludwig Meitner, 1884 bis 1966 Maler, leidenschaftlicher Zeichner, Druckgrafiker und Schriftsteller September-Schrei, 1920 Im Nacken, das Sternenmeer, 1918 Der zweite Expressionisten-Generation mit visionärer und prophetischer Buchphase die im Weltrum sicherte apokalyptische Landschaften gab Carola Bloch und Jörg von Kita-Kittel Zeichenunterricht als Portetis